hallo ich bin der heim hier heute werde ich euch zeigen wie man so ein mischsteuer bedient und ich hatte viele anfragen gehabt dann machen wir das mal ganz kurz wie wir das anbinden anhängen das haben wir schon gelernt dann auf den lenkrad drücken gegen die dörfer knapp so dann fahren wir dahin wo die schweine sind ja und hühnchen ist auch noch da so da gibt es ab zum markt hin und erninger schon bereit rückwärts ran fahren dann fühlt er sich automatisch jetzt erstmal das wird jetzt in der nächsten zeit wenn frontlader gemacht mit schaufeln jetzt ist das so ran fahren füllt er sich wenn der tabulator taste drückt dann seht ihr das auch aha da die zahl ändert sich das wird dann später mit dem frontlader gemacht so wunderbar und ab auf dem agger so ich habe auch ein lenkrad muss ich wieder als füße von bockern nehmen vorne ist mein feld da muss ich eben hin jückeln aber erstmal kann ich auch mal so ein bisschen hier was gucken war eine schöne gegend guckt euch das mal an für die leute die das noch nicht kennen die grafik finde ich persönlich echt optimal echt schön gemacht ist nicht so ein traum land oder so sehr schön so dann ist mein acker den habe ich schon geflücht den habe ich schon gegrobert so dann fahren wir mal ein branchen hier ich habe einen kleinen acker eben gemacht zahlen wir mal an stop jetzt drüber die tabulator taste jetzt drücken wir aktiviert und jetzt sehen wir schon drücken wir stufe zwei dass es gedüngt wird diese partikeln die kommen jetzt auch demnächst dahin wenn ich wende die jetzt vermisst das wird kommen und mit streuen und sowas dass das sag schon wenn du nicht streut oder sowas sei denn ändert sich der verteilt ertrag der kriegte nicht so viel ertrag also macht schon sinn zu streuen zu spritzen und so alles so dann drücken wir wieder tabulator taste aktiviert und jetzt drücken wir mal gar nichts jetzt kurven ja noch einmal hier so lang so lang so stopp tabulator taste drücken activate taste zwei also ich mach tempo mal zwei zum beispiel soll ja auch alles ein bisschen drauf kommen ja ich bin gerade schon da gefahren da machen wir mal drei sonst steht ja gleich ganz einmal im trecker von der lung so okay wenn der tabulator drückt machte wieder deaktivieren hier seht ihr auch dass er was verbraucht hat und jetzt könnte das wieder auf dem hof hin bringen irgendwo hinstellen ich packe das immer deine nähe vom missthaufen hin so das war das eben mitten mit streuer wenn noch weitere videos folgen wenn ihr diesen video irgendwo seht auf anderen channel wäre ich froh wenn ihr mir pn schreibt das finde ich nicht in ordnung wenn das jemand irgendwie einfach so klaut ja ich danke euch bis dann tschüss